Musik Ja, zu einem deutschen Logistik-Kongress gehört natürlich auch, wie schon fast traditionell in jedem Jahr, die Verleihung des deutschen Logistikpreises. Der ist beim Galaabend verliehen worden, und zwar diesmal an ein Pharmaunternehmen. Und ich darf sehr herzlich begrüßen Rüdiger Grigoleit von der Firma Merck. Erstmal einen ganz herzlichen Glückwunsch zu dieser tollen Auszeichnung. Sie haben sich damit beworben. Waren Sie überrascht, dass die Wahl auf Sie gefallen ist? Oder waren Sie sich sicher im Vorfeld, das war so gut, was wir gemacht haben, das kann nur ausgezeichnet werden? Wir waren sicherlich im Vorfeld sehr sicher, dass dieses Projekt dem Motto des Logistik-Kongresses entspricht. Ansonsten hätten wir nicht die Mühe in die Bewerbung gesteckt. Trotz allem waren wir doch überrascht, dass die Jury dann letztendlich so ein Thema, was ja nun bei weitem nicht sexy ist, Parkmittel, honoriert hat und uns den Logistikpreis zugesprochen hat. Ich glaube, Sie haben es aber ganz sexy letztendlich umgesetzt. Insofern ist dieser Preis auch auf Sie gefallen, in einem wirklich tollen, anschaulichen Film auch erklärt, wie das Ganze ausgesehen hat. Sie haben ja wirklich Ihre Logistik, Ihre logistischen Leistungen bei der Firma nicht nur einmal, sondern zweimal umgekrempelt. Können Sie uns so einen ganz groben Überblick nochmal verschaffen, was da die Hauptpunkte waren, wie letztendlich dort verändert wurde? Ja, also wir haben, wenn wir uns den Film vor Augen führen, wir haben einen großen Lego-Bausteinkasten. Und so ähnlich sah das auch ursprünglich mit kunterbunten Steinen, kunterbunten Packmitteln ursprünglich im Werk aus. Wir hatten durchaus Schwierigkeiten, immer die richtigen Packmittel zu finden. Zusätzlich war eben die Tatsache geschaffen, dass die Packmittelhalle abgerissen wurde. Die finanziellen Daten haben gedrückt, die Produktion hat gedrückt, weil die Packmittel nicht rechtzeitig zur Verfügung standen. Sodass wir einfach gezwungen waren, ein komplett neues Konzept zu erfinden. Mit großen Widerständen im Haus, mit großen Widerständen durchaus auch bei den Lieferanten. Wobei die Lieferanten ja in einer gewissen Abhängigkeit von uns stehen. Und die aber mittlerweile auch verstanden haben, dass diese Veränderung nicht nur für die Beziehung zwischen den Lieferanten und Merck wichtig ist, sondern dass die ganz genauso wichtig ist für alle anderen Lieferantenbeziehungen. Im Inneren musste das Vertrauen geschaffen werden, dass die Produkte, also sprich die Packmittel, die in Reichweite bisher standen, direkt vor den Betrieben, in zig Palettenmengen in Überseekontainern, dass die auf einmal nicht mehr da waren. Das Vertrauen musste da sein, dass das, was ich als Betriebsleiter heute Mittag als Bedarf anmelde, tatsächlich mal um früh da ist. Wie lange hat dieser Umbauprozess gedauert? Etwa drei Jahre. Golfen hat dazu auch noch eine Reorganisation, das heißt Packmitteltechnik und Packmittelbeschaffung, also Einkauf, wurden zusammengelegt. Und das hat dann bedeutet, dass wir unter einer Verantwortung die gesamten Prozesse verändern konnten. Und diese Reorganisation, das war die Vorbedingung, dass wir überhaupt den Prozess haben, angehen können. Sie haben von Widerständen gesprochen, auch im eigenen Unternehmen. Wie viel Überzeugungsarbeit war da vonnöten, um letztendlich dieses Logistikkonzept umsetzen zu können? Also man könnte fast sagen, wenn man so ein Packmittelprojekt startet, schafft man sich Feinde. Wir waren, der Dieter Held und ich, wir waren regelmäßig in den Treffen der einzelnen Betriebsleiter und man hat uns ständig erzählt, warum es nicht funktionieren kann. Wir haben dann Schützenhilfe bekommen von einem unserer Vorstandsmitglieder, der gesagt hat, ich glaube, das ist gut. Entweder wir entscheiden jetzt, wir machen das Projekt oder ich höre nie wieder Klagen über die Verfügbarkeit von Packmitteln. So daraufhin haben sich dann die größten Gegner, bisherigen Gegner bereitgefunden, als Pilotbetriebe zur Verfügung zu stehen. Und von dort an nahm das Projekt einen ganz anderen Lauf. Sagen Sie uns die Top 3 Punkte bei diesem neuen Logistikkonzept, was sich verbessert hat. Was ist aus Ihrer Sicht, was sind die Top 3? Totale Transparenz. Wir wissen jederzeit, wo welches Packmittel, ob Glasflasche, Karton oder was auch immer, verfügbar ist. Ganz wesentlicher Punkt. Der zweite, die kurze Reaktionszeit. Innerhalb eines Tages sind wir in der Lage, sämtliche Packmittel an den Ort der Verarbeitung zu beschaffen. Und das dritte, wir haben die Bestände um die Hälfte reduziert und wir sparen nachhaltig Jahr für Jahr 7 Millionen Euro. Das ist nicht nur wenig, sondern ganz im Gegenteil, eine ganze Menge Geld. Gibt es für die Zukunft aus Ihrer Sicht noch etwas zu feilen an dem System, vielleicht noch etwas zu verändern? Oder ist es so, wie es ist, auch vielleicht für die nächsten 5, 6, 7 Jahre tragfähig? Das ist sicherlich tragfähig. Wir werden uns der Entwicklung, der IT-Entwicklung anpassen. Wir werden eine noch bessere Schnittstelle, noch mehr Transparenz schaffen. Wir haben andere Themen mittlerweile auch schon angegangen. Paletten ist so ein Thema, wo sich keiner so richtig gerne mit beschäftigt. Auch in dem Bereich sind wir erfolgreich gewesen. Das, was wir noch weiter verbessern wollen, sind die Qualitäts-Service-Vereinbarungen, die wir mit unseren Lieferanten haben. Und wir haben noch einige Großgebinde, die noch nicht nach diesem Projekt abgewickelt werden. Also ich denke mal, die nächsten 2, 3 Jahre werden wir noch ganz gut beschäftigt sein, hier noch weiter Optimierungen zu realisieren. Und eine Sache, die Sie mit Sicherheit geschafft haben, liebe Zuschauer, ist das Thema Packungen, Verpackungen und Packungsmaterialien ein wenig sexier zu machen, als es vorher war. Herzlichen Glückwunsch nochmal. Sie nehmen den Preis mit nach Hause, werden, glaube ich, auch zurecht gefeiert werden. Dafür alles Gute. Vielen Dank.